Ich glaube, die in diesem Waldstück ist echt gar nicht so einfach. Vor allem so wie ich spiele, weil ich halt querbeet in vielen Gebieten schon war, bevor ich die Quest auch hatte mit. Nein, ist egal. Oder es kommt noch. Es kann auch sein. Ich weiß nicht. Ich müsste auch jemanden den Typen fragen. Aber das Foto hatte ich bis ihm, glaube ich, bisher auch noch nicht gezeigt. Ich bin jetzt schon fast bei Schloss Hyrule. Ich kann hier auch noch weiterlaufen und kann die Sachen von Schloss Hyrule holen. Ah, da muss ich einen Krokse haben. Okay. Okay, was? Ach so. Die verfolgen einen, die Landdinger. Ach so. Das ist gut zu wissen. Nein, hoch da. Ah, Alter. Lass das stehen? Sag mal. Erwischt. Ui, du hast mich entdeckt. Krok-Samen. Okay, das Waldstück da unten bin ich jetzt komplett abgelaufen. Dann laufen wir jetzt mal Richtung Hyrule rein. Lecker Bambi-Fleisch. War ich bei dem Stall hier eigentlich schon? Ja, muss ich sagen. Weil den Schrein habe ich. Den Schrein habe ich mir geholt. Das muss ich auch bei dem Dingens gewesen sein. Ich könnte übrigens auch mein Pferd holen. Wir können mit dem Pferd hier durchreiten. Aber ich will hier einfach gerade so lang laufen. Das hat einen total banalen Grund. Weil ich dann Gegner platt machen kann auch noch zusätzlich. Okay. Ui, du hast mich entdeckt. Und Krok-Samen. Wow. Da hinten müsste, glaube ich, dieses Pferd sein. Das ist diese Statue. Da ist der Turm. Ich probiere mal eben was. Vielleicht habe ich Glück. Ah ja, cool. Dann muss ich nicht mein Pferd rufen. Man kann einfach das Pferd hier schnell benutzen. Also gut, das Pferd ist nicht so zickig wie Koppel. Koppel war am Anfang viel zickiger. Das ist das Pferd. Das ist das Pferd. Ich bin. Jetzt nicht so zickiger. Ha! Ja! Ja! Hm. 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 Ow Ow Ich hab zu spät gesehen, dass der ihr Beine hat, hab ich nicht gecheckt Ach, du bist immer nicht tot Das war über eine Fehleinschätzung gerade Holy Crap Wie viele Fehleinschätzungen kann man eigentlich machen bis man checkt, dass der nicht tot ist Ja Das 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 ist doch immer mehr als dämlich So, das müsste jetzt Dinge sein, wo ursprünglich das Pferdchen gestanden hat Das jetzt aber vermutlich nicht mehr da ist, weil's kaputt ist Korrekt Jo Erinnern Ach ne, ist gar nichts, das mit dem Pferdchen Das ist wieder was anderes hier Ah, das ist der Platz hier, okay Held von Hyrule, vom heiligen Bannschwert erkoren Du hast unerschütterlichen Mut und vollendete Schwertkunst unter Beweis gestellt Ich segne dich im Namen der Göttin Hylia Ob du durch die Lüfte fliegst, durch die Zeiten wandelst oder in die Schatten eintauchst Das Schwert ist immer ein Teil deiner Seele, o Held Du und das Bannschwert, ihr möget von Kraft, von Mut und von Weisheit erfüllt sein Mann, oh Mann Geht's noch dramatischer? Was redest du da? Der edle Ritter ist jetzt ihr Leibwächter Diese alte Zeremonie dafür nachzuäffen war doch deine eigene Glanzidee Naja, meine Meinung zu den Burschen kennt ihr Und die Prinzessin sieht auch nicht gerade begeistert aus, oder? Bei ihr ist es kein Wunder Er hat sein Schicksal erfüllt, sie dagegen konnte es nie Tja, er erinnert sie stets an ihr Scheitern Hm Das sind ja tolle Erinnerungen Okay Wir haben den alten Festplatz Äh Eigentlich wollte ich das hier, aber ich glaube, das habe ich versemmelt, das Ganze Das habe ich, äh, äh, falsch bewertet So, das heißt, wir brauchen das Pferdchen und das hier Das müsste irgendwo links von dem Schloss dann sein Äh Ich habe ehrlich gesagt jetzt keine Lust, noch weiter nach Schloss Hyrule zu laufen Hm? Huh Das Foto müsste irgendwo links von Schloss Hyrule sein, oder? Wie nah ist denn das am Schloss? Es ist relativ nah am Schloss. Das heißt, das Foto... ...könnte hier sein. Ja, und das Ganze bin ich noch gar nicht erkundet hier. Wie komme ich denn da hinten jetzt auf die Schnelle hin? Weil der Krox nützt mir nichts, weil da komme ich nicht wirklich raus. Eigentlich ist es dämmlicherweise echt schneller, wenn ich durch Hyrule durchlaufe. So nervig das Ganze auch ist, weil ich mich mit den Bächtern hier anlegen muss. Nichts! Nein! Ah! 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 das ist ja auch clever du kannst du man kann den so umwerfen dann ist auch witzig okay ich hatte nicht damit gerechnet dass der aufwacht so hyrule stadt da oben ist das windrad ok und hier haben wir ganz famos schloss hyrule schön hat der wächter und lebt auch noch gut dann machen wir das windrad da hinten ok ok die könnte mit einem fall könnte man die glaube ich auch machen sag mal was sag mal hallo oh ich hab den getroffen oh hab ich dich so oh krass ich hab den über die ich hab den da über die halbe map getroffen gut ich gebe zu damit habe ich nicht gerechnet ein antikes zahnrad sehr schön sehr schön ich hab ihn mir noch irgendwas cooles wahrscheinlich eher nicht ne ach so da muss ich durchfliegen irgendwie ich hab ihn mir noch nicht gerechnet ich hab ihn mir noch nicht mehr Das Schlimme ist, ich muss hier eh noch mal her dann. Bis dann werden noch ein paar Blutmonde kommen. Von daher macht es gar keinen Sinn, dass ich hier die ganzen Wächter alle platt mache. Ah, wie clever. Kopuro hatte ich wohl nicht gehört, die Story of my life. Chuggledy Chuck. Und El Caputo. So. Bin ich auf dem richtigen Weg hier? Mensch, der hat ganz schön gewütet. Das ist echt alles voller Wächter. Toll, danke für das Gespräch. Lasst mich in Ruhe. Oh, das ist ein Schrein. Sehr gut. Das ist ganz gut zu wissen, weil dann habe ich hier nämlich gleich ein Teleportziel. Sehr cool. Klaggedy Klack und rein. Und mit dem Schlückchen trinken. Kraftprobe. Leicht. Okay. 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 Der Controller spackt gerade rum. Hervorragend. Ähm. Naja, ist eine leichte Kraftprobe. Wollen wir schon schaffen. Warte mal, kann ich? Ja, ich kann speichern. Okay. Der sollte eigentlich kein Problem sein, der Gegner. Sag ich ja. Der war ja wirklich easy. Ich frage mich, wieso es in diesem Gebiet hier eine leichte Kraftprobe gibt. Bam, 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 bam. Ich schmeiß die Holzfäder ab, weg. Nimm die Lanze dafür. Ich hätte eigentlich mit der schwierigeren Kampfprobe gerechnet. Gar nicht mal so sehr, weil ich mega stark bin. So einfach, weil das hier das Endgebiet ist. Dachte ich eigentlich. Königshellebade. Okay, keine Ahnung, was wir geöffnen. Wahrscheinlich nicht, ne? Äh. Ja, ey, doof. Ach komm, schmeiß mir die Wächterlanze weg. Das Ding macht ein bisschen mehr Damage. So, haben wir das. Dann können wir uns zumindest immer in der Nähe von Schloss Hyrule teleportieren. Und wir haben alle wieder volle Herzen. Hervorragend. So stelle ich mir das doch vor. Nicey, Mac. Nice, nice. Dann können wir uns jetzt mal relativ fix wieder hier zurückrückt, teleportieren. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wir müssen immer noch zum Rosanen. Ich vermute zumindest, dass das diese eine... ...dieser eine Baum ist. Ich vermute es. Ob ich recht hab, weiß ich nicht. Ah, wird schon schief gehen. Ich frag mich übrigens, was machen denn die... ...diese Flugdinger, die haben doch auch nur ihre komischen Laser-Augen, oder? Die machen ja sonst nix. Ja, das Gebiet ist ganz schön zerstört hier, ha? Da ist echt nicht mehr viel übrig von... Also, das Schloss steht noch so einigermaßen, aber ansonsten... Das ist echt ganz schön alles plattgemacht hier in diesem... ...in Hyrule-Stadt und allem. Können doch vielleicht da oben sein, I don't know. Ich renne mal unten entlang bei den Bäumen, falls hier irgendwo die Erinnerung sein sollte. Ich kann... Ich weiß nämlich nicht ansatzweise... ...es Gebiet von... dem von dem eigenen foto ist und versuche es immerhin wird so ich bin mal ganz entspannt die frage ist komme ich das ohne weiteres eigentlich hoch ich habe das gefühl ich habe das nicht so ganz durchdacht hier frage kann ich da hoch auf das ding oder greife oder sterbe ich dann das war reines das war reines glück ich habe nicht damit gerechnet dass da eine croc sammeln drunter ist und diesem einzelnen steinchen hier okay da kann ich auch nicht okay das ist zu nah tatsächlich das ist zu nah das kleine bäumchen da ist es nicht schade ich dachte das ist aber es muss auf dieser seite zumindest sein glaube ich oder ich muss das foto gleich nochmal angucken ich gehe mal in die nähe von dem baum ja genau leider so äh ne warte mal hier ne hier will ich her okay das problem ist die säulen waren da noch nicht ausgefahren das problem ist das müsste schon in diese richtung da oben sein in diese richtung da oben sein okay die mache ich blatt die die die